Hallo, guck mal, was ich mitgebracht habe. Hä, hallo? Wir brauchen vielleicht zwei? Ist aber nur noch eins, voll praktisch. Da steht alles drin, von A bis Z. Und der Tisch? Da kannst du doch dein iPhone drunter bauen. Mit dem bin ich eh viel schneller als du. Oder frag doch mal einen Tischler um die Ecke. Der steht ja nämlich jetzt auch drin. Das neue Berliner Telefonbuch. Jetzt komplett in einem Band. Mit umfassendem Firmen- und Dienstleistungsverzeichnis. Jetzt nach Bezirken sortiert.